Bye-bye, Mami, Alessandra Meyer-Wölden wohnt offenbar wieder in Köln, bei ihrem Ex-Mann Oliver Bocher. Nun ist es tatsächlich geschehen, Alessandra Meyer-Wölden ist wieder zurück nach Deutschland gezogen. Punkt. Schon seit längerem stand die Überlegung im Raum, jetzt hat Cindy den Schritt gewagt und ist vorerst wieder bei Ex-Mann Oliver Bocher in Köln eingezogen. Punkt. Hintergrund der Entscheidung ist ihre berufliche Einbindung in Deutschland. Die Ex-WG soll allerdings nur vorübergehend sein, wie die beiden in ihrem Podcast die Bochers frisch recycelt erzählen. Cindy Meyer-Wölden ist bei Ex-Oliver Bocher eingezogen. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts bei Podemo bestätigt Cindy gleich zu Anfang ihren Umzug. Wir sind wieder offiziell da, in Deutschland. Nach einer großen Familiensitzung hätte sie mit ihren Kindern gemeinsam entschieden, den Umzug anzugehen, führt die 41-Jährige die großen News aus. Tochter Naila brachte den Umzug ins Rollen, schon länger habe ihre Arbeit in Deutschland die Familie in Miami vor Herausforderungen gestellt, erklärt sie ihre bisherige Situation im Podcast. Punkt. So kam sie zur Erkenntnis, das macht so nicht wirklich Sinn. Die Konsequenz, es geht wieder zurück in die Heimat. Punkt. Doch der Umzug sei nicht Sinn dies alleinige Entscheidung gewesen, sondern die Überlegungen auch durch ein Machtwort ihrer 14-jährigen Tochter Naila ausgelöst worden. Punkt. Ursprünglich habe sie an München als Wohnort gedacht, schließlich liegen dort auch ihre Wurzeln. Punkt. Aber schlussendlich ist die Entscheidung dann auf Köln gefallen, beschreibt die Ex-Frau des Gemidians den Entscheidungsprozess. Das Ex-Paar lebt übergangsweise wieder unter einem Dach. Für Köln haben neben der medialen Geschichte auch das Umfeld und die Organisation gesprochen, so Oliver Pocher und die Mutter seiner Kinder. Punkt. Wir bleiben auch erstmal bei dir. Zu Hause, offenbart sie die aktuelle Wohnsituation der Familie. Zendie und die Kinder leben derzeit unter einem Dach mit Oliver Pocher. Das Haus ist ja auch groß genug, so der Familienvater. Die jetzige Situation stelle aber nur eine Übergangslösung dar, bis das Model eine eigene Bleibe gefunden hat. Zendies Zwillinge sind noch in Miami. Das Zusammenleben scheint bisher harmonisch zu sein und wurde auch zuvor mehrere Monate im Sommer erprobt, so Maya Wölden. Punkt. Sie sei die letzte gewesen, die nach der Probezeit von der Idee zu überzeugen gewesen war. Pocher führt aus, dass sich derzeit alle gut verstünden und die Kinder glücklich seien. Punkt. Apropos Kinder, nicht alle sind mit nach Deutschland gezogen. Zendies jüngeren Zwillinge sind vorerst in Miami bei ihrem Vater geblieben. Bild will aber wissen, dass auch die beiden in Kürze, im Winter, nach Köln ziehen sollen.